Daniel Stendl ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Trainer. Er trainiert den Bundesligisten Hannover 96. Karriere. Stendl begann seine Laufbahn beim FC Vorwärts Frankfurt und stieg 1995 aus der zweiten Mannschaft zum Fußballprofi beim Hamburger SV auf. Dort konnte er sich nicht durchsetzen und wechselte erst zum SV Meppen und später zum FC Gütersloh in die 2. Bundesliga. Von 1999 bis 2006 spielte der Stürmer für Hannover 96. In der Saison 2001-02 stieg er mit Hannover 96 in die Bundesliga auf. In dieser Saison erzielte er mit 16 Treffern die meisten Saisontore in seiner Karriere. In der Bundesliga hielt er sich drei Jahre lang im erweiterten Kreis der Stammspieler. In der Saison 2005-06 absolvierte er nur noch sechs Spiele. Zur Folge Saison 2006-07 wechselte er in die Regionalliga Nord zum FC St. Pauli, bei dem er einen bis 2008 gültigen Vertrag unterschrieb. 2007 stieg er mit dem Verein in die 2. Bundesliga auf. Zur Saison 2007-08 wechselte er zurück zu Hannover 96. Diesmal jedoch spielte er beim Amateur-Team in der Oberliga. Zeitgleich arbeitete er dort als Co-Trainer und stieg mit seiner Mannschaft in die neue Regionalliga Nord auf. Nach seinem Karriereende ein Jahr später wurde er Trainer der U17. 2013 wechselte er zur U19. Anfang April 2016 übernahm Stendel sechs Spieltage vor dem Ende der Saison 2015 Sechzehntel die mit 10 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem letzten Tabellenplatz stehende Bundesliga-Elf vom beurlaubten Thomas Schaaf. Zunächst bis zum Saisonende. Trotz des frühzeitig rechnerisch feststehenden Abstiegs blieb die Mannschaft unter Stendels Führung bisher in drei Spielen umgeschlagen. Daraufhin unterschrieb er einen neuen Cheftrainervertrag, der bis zum 30. Juni 2018 gültig ist. Für das Finale des DFB-Junioren-Vereinspokals 2016 kehrte Stendel nochmal auf die Bank der U19-Mannschaft zurück. Das Spiel wurde mit 4 zu 2 gewonnen. Erfolge DFB-Junioren-Vereinspokalsieger 2016